Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Let's Play, bzw. der zweite Teil meines kleinen Testinskis von Skypunch. Verlossene Ruine. Da befinden wir uns gerade, Winde, einen Weg aus der Ruine. Gut, das werden wir jetzt hoffentlich heute schaffen. Ich scroll mal ein bisschen aus dem Bild. Die Maus ist immer noch sehr schnell eingestellt. Und, ähm, okay, was haben wir denn hier alles? Hauptwaffe? Artefakte habe ich nichts, Juwelen habe ich keine und, äh, Schnellzugriff habe ich irgendwie noch nicht. Ein Tischlein. In der Tasche ist auch noch herzlich wenig, aber ich würde gerne Community, Markt verkaufen, Einstellungen. Einstellungen finde ich gut. Oh. Hoch, wir spielen auf hoch, CPU, was wisst ihr nicht? Äh, ja, ja. Medikale, zuständige Grafik, bla. Jo. Ich drück mal auf maximal. Vielleicht, äh, ja, das haben wir in Schärfe. Äh, keine Ahnung, ich mach das mal super scharf. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Äh, maximal, Qualitätsschatten maximal, 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 maximal. Zu Weltdetails, Geländedetails, bla, Reflektionsgenauigkeit, an der, äh, ja, aktiviert wurde, ne? Äh, Beleuchtung, bla, 3D-Effekt, bla, bla. Äh, Blooming, Tiefenschärfe. Bäh. Keine Ahnung, ich lass das mal alles drin. Wobei, Blooming, ich weiß gar nicht, ob das dieses, bläh, ich glaub schon, das ist, das ist, dieses Ekelhafte. Ich mach's mal weg. Was steht denn da? Äh, 500 Effekte sind hell und können in der Szene, also ergeben sich in dieses Effekt, verbessert die Spielleistung. Jo. So, Steuerung. Äh, nein, ich will... Was ist eigentlich speichern? Ist das jetzt weg? Blö. Anwenden. Ah, anwenden. Ja, anwenden sollte man das doch. Gesamtlosch, äh, hab ich ja alles auf hoch gedreht, das hört man, äh, degradiert. So, äh, WASD, klar, logisch, Mausempfindlichkeit. Ein bisschen runter? 0,8 vielleicht? Weil ich mag's ja schon eigentlich schnell. Okay, anwenden. Hat das jetzt, oder hat das jetzt nicht? Nein, hat er nicht übernommen. Äh, 0,7. Genau, anwenden. Ja, und jetzt weiterspielen, na toll. Spiel. Monsternamen, deaktiviert? Warum? Ich will Monsternamen sehen. Äh, aktiviert, Spielname, deaktiviert. Spielernamen will ich aktiviert haben. Äh, alle Effekte am Charakter. Äh. Nicht stören. Hä? Was? Bitte störe mich. Äh, Kameraerschüttung. Aha, grafische Zonen, aha, Vollbild-Effekte, aha. Aha. Was ist das? Äh, äh. Aha. Aha. Gut, ich wende das jetzt an. Und, äh, will jetzt weiterspielen. Wie kann ich denn weiterspielen? Okay. Ist das von der Maus besser? Ja. Wir müssen langsamer. Aber ist okay. Ich probiere es einfach mal so. Jetzt ist dieses Blur-Ding aus. Aber das Scrollen geht jetzt auch ein bisschen langsamer. Ich lasse es mal so. So. Wuhu! Ähm, ich gucke mal, ob ich irgendwelche Sachen aufsammeln kann. Sieht aber momentan nicht so aus. Wobei, was ist das? Kann ich nicht aufsammeln. F oder so? Nö. Ähm, da ist auch nichts. Ich will nichts verpassen. Entschuldigung. Wenn meine Mausführung nicht gerade gebe, echt hier. Ich jammer, ey, ja. Ja, da ist die Erschütterung. Todesmeer. Brennen die alle auf mich zu? Offenkundig. Es sieht, wir haben ja auch einen Geist. Wir schiefen. Wir schiefen. Wir schiefen. Wir schiefen. Sie sind die Erschütterung. Es ist die Erschütterung. Wir schiefen. Nehm dich nicht mit uns sterblichen an! Uahhoho! Seb, meinst aber auch nur du! Weg! Weg! Ja, ja, denkst du! Das hat dir viel gebracht! Herz! Herz finde ich gut! Hallo! Sterbt! Einmal weg! Einmal weg! Einmal weg! Einmal weg! Einmal weg! Jawoll! Na! 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 Was erlaubst du dir? Was erlaubst du dir? Herz! Danke für das Herz! Sterbt! Oh, oh, oh! Weg! 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 Ja, ja! Na, da soll ich nicht hingehen! Und! Einmal sterben! Jawoll! Nicht gut! Einmal weg! Einmal weg! Einmal weg! Einmal weg! Einmal weg! Einmal weg! Jetzt! Jawoll! Wo ist das Herz? Da! Schnell weg! Hallöchen! Nein! Nein! Oh! Oh! Was soll ich mir nicht so... Ja, da unten... Hey! Volles Herz! Ja! Tolle Verstärkung! Geht's vielleicht noch ein bisschen langsamer? Aber egal! Ich... Das Herz ist weg! Das Herz ist weg! Das Herz ist weg! Ihr Schweine! Ja! Mag sein! Und? Weiter! Äh... Was hast du da? Ich will sowas auch haben! Oh! Das dauert ewig! Scroll! 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 Aha! Aha! Ah! Ah! Okay! Ach so! Ah! Sehr spannend! Ja! Leiche! Ja! Na gut! Willst du dich zurückscrollen? So! Was gibt's denn hier oben? Was bist du? Dampf! Was? 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 Okay! Ach guck mal! Die analysieren jetzt die Leichen! Das find ich gut! Da ist auch wieder so Kackpupsdampf! Hallo! Kackpupsdampf! Äh... Äh... Epische Moves! Ich will mal gucken, wie das aussieht! Was passiert, wenn ich springe und... Nein, nicht viel! Na gut! Dann rede ich halt mit Captain Kors! Hallo Captain! Hey Captain! Captain! Wir haben ein Problem! How did you survive? You killed so many monsters! Hm... Eventuali? Äh... Ich kann mich nicht erinnern! Ich glaube, ich wurde erstochen und dann zusammen mit den anderen Leichen auf einen Haufen geworfen! Wirds thought you were dead? Couldn't they smell you? And you don't have a scratch on you? You must be immortal! You were born under a lucky star! Come on! It's my duty to bring you to Alienar now! Mhm... Ja... Äh... Äh... Beenden! Huch! Ein Ladebildschirm! Ein epischer Ladebild! Oh, das sieht schon echt aus! Ich liebe das! Oh, ja! Hallöchen! Kann ich mit irgendjemandem reden? Ich rolle mal ein bisschen näher. Ich weiß, das hört man. Ähm... Ach guck mal! Mit Captain Kors kann ich noch dobbeln! Hi Captain Kors! Das ist Alienar, die Stadt der Gäste. Wir sind im Forschungszentrum. Du möchtest mit Harida, die Gäste der Gäste des Immortals. Es gibt niemanden auf Alienar mehr wies und judicious. Well, it was my pleasure. I hope I will be hearing about your glorious feet. Mhm... Beenden. Oh, oh, äh... Ich bin grad ein bisschen zu intim. Ich laufe rückwärts und laufe vorwärts. Kann ich hier drin noch irgendwas machen? Die Maus ist mir grad ein bisschen... Naja, egal. Zu langsam, das kann ich ja noch ändern. Ähm... Okay. Herr Rieder. Hi Herr Rieder! Hast du auch so ein magisches Tablet? Ich will mir jetzt aber mal das angucken erst mal. Sorry. Das muss sein. Das erinnert mich grad sowas von an. Star Wars. Das gibt's gar nicht. Oh, cool! Cool, cool! Was ist das? Oh! Oh geil! Oh geil! Das sind... Boah! Wer verschwärts sich denn da? Wer verschwärts sich denn da? Mhm. Ja. Oh! Uh-huh. Ja. Tja, da fällt dir jetzt nichts mehr drauf ein. Hab ich eigentlich wirklich hohe Schuhe an? Ja, tatsächlich. So! Herr Rieder, sprech mal mit mir. Willkommen zu Elenar. Ich nehme es, dass du einen schönen Tag hattest. Ich bin Harida. Ich werde dir helfen, dass du in dein neues Leben satteln kannst. Weiter. Böre Sache. Du hast deine Rolle von Trenn gehabt. Aber erinnern. Die dunkle Stunde ist gerade vor der Nacht. Mhm. Danke für dein Mitgefühl. Das kann nicht so einfach sein. Was soll ich tun? Mhm. Toll. Ich werde daran denken. Mhm. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu treffen. Okay, ich gehe. Okay, wir haben eine neue Mission. Äh, Pfad des Unsterblichen. Begib dich ins Forschungszentrum. Ich nehme an. Ja, ist gut, aber... Ja. Hallo, Forschung kannst du... Was habe ich da gerade machen können? Wie süß! Guck mal, wie süß! Das ist ja voll niedlich. Run, run, run! Und dann... Rein, 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 rein! Voll süß! Okay, äh... Wow! Hallo! Thumbnail! Das sieht schon echt nice aus. Ich weiß, ich bin leicht zu begeistern, was Spiele angeht. Aber es ist immerhin ein Free-to-Play. Insofern... Scroll, scroll, scroll! Aha. Aha. Ihr wollt also alle Unsterbliche... Wupsi! Unsterbliche sein? Das wollte ich gar nicht. Ist das hier sehr ruhig wie vorhin draußen, gell? Irgendwie. Hey! Hm. Mhm. 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 Habt ihr noch was zu sagen? Nein? Gut. Dann geh ich weiter. Oh! Hallöten! Flavius! Gott der Wissenschaft! Warum bist du eigentlich so blau? Blau! Ist die neue schöne Farbe! Äh... Space! Rookie! Hallo! Liking Immortality? Not getting to your head? Oh, my manners! I'm Flavius! I'm trying to advance science here while others are waving their swords. Mhm. Machst du Witze? Of course I'm serious. Aside from me, no one's even trying to understand how things work in this world. Flavius! Wo bist du? Oh, right. This is my holographic form. Ach, ne. No time to flitter about. And there's so many immortals nowadays. Just so much to do. Mhm. 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 Was ist mit dem Training? Well, what are we waiting for? That transport capsule? You're getting in. I'll join you in the training hall. Beenden. Okay. Up in the training hall. Ich nehm an, da geht's hoch. Diese unauffälligen Pfeile zeigen mir, glaub ich, den Weg an. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber es könnte sein. Äh... Okay. 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 Wird geladen.